Also ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserer Wahnsinns-Weihnachtsveranstaltung mit unserem Sportklinik-Team, natürlich als Basis durch das Ganze. Jan Rieger, die Elena, unser Oliver Amann, Alex Degger von den Towerstars, unser Rolf Engler, unseren Bike-Profi, Daniel Gatthoff. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.